Tour wäre auch mal wieder ziemlich geil, oder? Klar, wo würdest du denn? Weiß nicht, ins Ausland? Hast du Geld fürs Ausland? Da brauchst du schon ein paar bessere Aufnahmen. Ja, ich weiß, wie es gerade aussieht. Ich glaube, Converse hat sowas ausgeschrieben. Kannst du dich drauf bewerben mit deiner Band und wenn du genommen wirst, dann kannst du in einem unglaublich geilen Recording Studio irgendwo auf der Welt aufnehmen. Du musst halt ein Video drehen irgendwie. Video ist geil. Video ist auf jeden Fall ziemlich fesch. So, explodieren Autos, Verfolgungsjagd. Pyrotechnik, Alter. Ja, und hast du Geld für Pyrotechnik? Ja. 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 Ja.